Jo, mein Lieben, sind schon wahren damit, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal, Leute, und wir spielen heute wieder Minecraft Ender Games. Und Leute, zu dieser kalten Jahreszeit, obwohl wir noch keinen Winter haben, spielen wir mit dem allumfassenden, krassen Schneegolem-Kids. Die Fähigkeiten dieses Kids sind, du kannst den Schneeballtauscher unbegrenzt nutzen und hinterlässt beim Laufen eine Schneespur. Wenn du kriegst, verwandelt du dich in einen Schneegolem. Ausrüstung ist das Schneeball bzw. ein Tauscher. Sprich, Leute, ich werfe jemanden mit dem Schneeball ab und dann... Also, Leute, im Prinzip, was ich euch so vorstellen, ich habe hier den Schneeball in der Hand, da hinten ist so Larry. Ich treffe ihn damit, zack, und dann bin ich hier. Verstanden? Nö. Boah, Leute, eine 21-Spieler-Ender-Games-Runde, sowas sieht man echt gerne. Scheiße, Alter, ich habe gar nicht... Jo, da haben sie recht. Leute, da hinten ist einer. Komm her. Komm. Komm. Fürs Video. Easy. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Okay, wir holen uns mal erstmal ein Schwert, weil ich glaube, ein Schwert ist jetzt vielleicht noch am Anfang sinnvoller. LOL, da ist der Typ. Really, nigga? Dafür stehe ich mit meinem Namen. Oh. Land in Sicht. Ahoi, Männer. Leute, wir können uns mit Tieren auftauschen. Passt mal auf. Zack. Scheiße. Mann. Halt. 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 Hallo? Hier ist der Dummkopf. Du stinkst nach Kaka. Aufgelegt. Was soll denn mal diese Klingelstreiche, Mann? Ich kriege eigentlich nie irgendwas aus den Kisten. Da laufe ich hier, Trottel liegt in der Gegend herum und weiß nicht, was ich machen soll. Scheiße. Was? Ey. Da hinten ist ein Gegner, die schwer macht. Gibt es denn sowas? Hä, wo bin ich jetzt gelandet? Mann. Einmal ist man nah an so einem Typen dran und dann wird man wegtippet. Mann, Alter. Könnt ihr euch drehen? Warum ist es jedes Mal so ein Abfuck, Endergames aufzunehmen? No joke, Alter. So, ich würde mal sagen, das soll es vor dem Video gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt es mit einer Bewertung. Ja, findet ihr die anderen Videos. Sorry, dass ich keine Runde gewonnen habe. Aber versucht es mal selbst, Leute. Eine Runde Endergames mit diesen ganzen Scheiß-Schwitzern zu gewinnen. Ihr schafft es nicht. Aber dennoch würde ich auch mal sagen, haut rein, macht's gut und ciao.